Menschen hängen sich das Kreuz um den Hals. Aber wenn wir nicht mehr verstehen, was dahinter steht, verlieren wir die Kraft. Viele tragen es um den Hals. Das Kreuz. Sie symbolisieren damit Zugehörigkeit zum Christen zu glauben. Andere stellen es auf das Dachkuchen, wie auf vielen Kirchen. Schlussendlich sind wir irgendwo in der Schweiz natürlich speziell privilegiert, weil wir unserem Schweizer Wappen das Kreuz sowieso drin haben. Und wir gewannen es langsam so daran, dass das Kreuz ist einfach. Das Kreuz ist ein Teil unserer Kultur. Aber oft haben wir nicht verstanden, was das Kreuz ist. Denn das Kreuz symbolisiert nicht nur etwas, sondern es schärft auch etwas. Der Mohammed, der Gründer vom Islam, hat ganz klar gesagt, wortwörtlich, das Kreuz muss beseitigt werden. Also wir sehen es manchmal so bei alltäglichen Geschichten, wie zum Beispiel bei Real Madrid, wo das Logo ist, dass sie so eine Krone haben und obendrauf ein kleines Kreuzchen. Wo Investoren kamen aus dem islamischen Bereich, haben sie gesagt, wir werden keine Franken investieren, wenn nicht das Kreuzchen verschwindet. Zum Glück sind auch viele aufgestanden und haben gesagt, das kommt nicht in Frage. Aber schaut, so glauben ich, das Kreuz hat so eine Power. Und über das wollen wir uns ein paar Gedanken machen. Der Paulus schreibt uns im 1. Korinther 1.18 etwas über die provozierende, positiv provozierende Kraft vom Kreuz. Das heisst, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Im Kreuz symbolisiert Jesus nicht nur seine Kraft, sondern es ist auch unsere Kraft. Menschen hängen sich das Kreuzchen um den Hals oder irgendwo hin. Wir gehen zum Kreuz, das sagen wir ja oft so. Oder wir setzen das Kreuz im Gottesdienst vorhin. Das ist alles mega stark. Aber wenn wir nicht mehr verstehen, was dahinter steht, verlieren wir schlussendlich die Kraft. Und ich würde auch gerne mit euch jetzt ein paar alttestamentliche Geschichten anschauen, die eigentlich die Bibel geschrieben hat oder erlebt hat als Vorbild, als Herweise. Das wird einmal passieren mit dem Kreuz. Und eine von diesen Geschichten ist die Geschichte von Mara. Mara heisst bitter. Und es war wirklich eine bittere Geschichte. Die Geschichte, die das Volk Israel im 2. Mose 15 erlebt hat. Sie sind durch die Schilfmeer gekommen. Gewaltig, wie Gott sie gerettet hat. Und kommen nachher, wo sie sich so gewünscht haben, dass sie das Trinken bekommen. Und sie sehen diesen Fluss und sie springen zu einem Fluss und nehmen. Und merken, Meist, das ist bitter. Und dann ruft der Mose zu Gott und sagt, was soll er machen? Und dann gibt Gott ihm ein Bild, eigentlich auf das, was Jesus am Kreuz tut. Er sagt, nimm ein bisschen Holz. Das hat keinen Sinn gemacht. Rein physikalisch macht es keinen Sinn. Aber er sagt, nimm ein bisschen Holz und schiesse den in das Wasser rein. Und dann wird das Wasser verändert werden. Und genau das hat er gemacht. Er hat ein bisschen Holz genommen, als Zeichen, als Vorbild auf das, was Jesus am Holz gemacht hat, nämlich am Kreuz. Und wirft ihn in diesen Fluss hinein und das Wasser wird gesund. Es ist gesund geworden. Was vorher bitter war, war es zu etwas, was lebensnotwendig war. Was vorher wirklich verwerflich war, war es zu etwas Kostbarem. Und genau das macht Jesus mit uns am Kreuz. Und es bitter wird gesund. Und es verwerflich wird etwas Wunderbarem. Weil er seine Power ins Kreuz gelegt hat, in dem, dass er für uns gestorben ist. Das ist das Kreuz. Das darf ich annehmen und du auch. Ein Avants Damás! wonders the reason why Fox Elements haben. Wie far uns bị ausgem quand areas aning kiais tenth暗. Auch wenn der màu fett ist. Wenn ich ihn nicht mit mir lecke hätte. Und hier kann euch noch ein positives hitarna. Ein Alsatmen ist. Und wenn ich das sagd nên.